Guten Morgen Leute hier, Lange Schlange und hier Daniel bei Hakan. Hakan, was los war? Nicht mehr. Und ja, alle stehen hier noch bis 9 Uhr. Und meine Damen und Herren, dann werde ich euch jetzt mal schön an der Gassenschlange vorbeischleichen. So Leute, ich komme an der Gassenschlange vorbei. Da sind die 70's hier in Krüseleinen. So an der Gassenschlange vorbei. Ja, ja. Und holala. Ja, ja. Und ja, Leute. Hier wartet die ganze Meute. Ich bin jetzt drin. Es ist noch nicht mal ein Lass, Leute. Zieht euch mal rein, wie schön leer es hier ist. Ja, noch gar nichts los, wisst ihr was? Ich werde gleich noch ein paar Vergleichsvideos machen, wie voll es hier dann ist. Hier, guckt mal, Leute. Komplett leer. Gleich werden sich hier die Leute drum kloppen. Wer als erstes Nintendo spielen darf, Leute. Wer als erstes Xbox spielen darf. Wer als erstes an meinen Eiern spielen darf. Und ja, auch hier links. Könnte ich euch das mal zeigen. So Leute, hier, links. Ganz in großen Hallen, Leute. Alles leer. Alles leer. Alles komplett leer. Da hat man doch echt nichts zu meckern. So Leute, so sieht das Leben des Senior Hofstis aus, a.k.a. den Boss. Hier kommt, guckt, Leute. Alles leer, alles leer. Dank diesem wunderschönen Ticket, meine Damen und Herren. Hier. Ah, Ausstellerausweis. Wenn ich das nochmal, äh, um euch zu beschädigen, äh, zu euch hier nicht verarsche, zeige ich euch mal eben die Uhrzeit. Hier. 8.24 Uhr, meine Damen und Herren. So, Breaker, nee, nicht Breaker. Regi, Hakan und Daniel dürfen jetzt hier noch schön lang warten. Bis die dann endlich rein dürfen. Ich bin dann jetzt hier schon drin. So, Halle 7, Leute. Alles leer. Koki wird noch zum Teil ein bisschen hier gemacht. So, wie ist das? Geplant. Planen mal denn hier. Alles leer. So Leute, ich werde dann hier gleich schon ein paar Videos machen. Von Hakan, Regi und natürlich Daniel. Ich kann nur sagen, send your hopes these balls, Leute. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video.